Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Cointrend. Wir wollen mal wieder gucken, was halt alles so passiert ist und ja, Bitcoin ist endlich erwacht, sagen wir es mal so. Es gab zumindest mal eine Bewegung, das heißt wir haben auch was Spannendes uns anzugucken heute. Und wer mir auf Twitter folgt, der kennt das Bild vielleicht von gestern, da hatte ich dann die drei Support Level hier eingezeichnet mit den roten Linien, weil wir aus dieser Linie, die ich noch mit euch sozusagen im Cointrend gezeichnet habe, da sind wir durchgebrochen und dann ist es natürlich so, dass dann die starke Bewegung dazukommt, wenn man durch sowas durchbricht, das sage ich euch ja immer. Und genau das hatten wir dann, wir haben die verschiedenen Level, um das euch mal zu zeigen, woran ich die festgemacht habe. Ihr seht jetzt zum einen hier die Linie, da sehen wir hier den Bereich, wir haben hier sozusagen die Unterkante davon und auf der anderen Seite ist hier die Oberkante vom unteren Bereich, also zwischen 16.600 und 16.700. Das ist der erste Bereich, den ich angezeichnet habe. Den zweiten Bereich ist hier um die 16.000 und das Ganze sehen wir dann hier ganz gut, da sehen wir das auch nochmal hier. Das war auf jeden Fall ein Bereich mit Support und das hat sich hier drüben auch wieder gezeigt. Das war letztendlich der Bereich, wo wir auch gestoppt sind. Mit einem dort sind wir hier noch ein gutes Stück drüber und sind dann aber in dem Bereich, ja, sozusagen das war für die Umkehr dann der passende Bereich hier im Bereich 16.000. Und die Linie müsste auch bei 16.000 hier unten sein. Von da aus ging es dann erstmal wieder nach oben, aber es hat den Abwärtstrend, zumindest diesen kurzfristigen hier beibehalten. Wir sehen, dass es in drei Schritten nach oben gegangen ist, bis hier oben hin und die beiden Linien, die waren natürlich vorher noch nicht da, sondern die habe ich erst danach eingezeichnet. Und von da aus ist es dann wieder ganz nach unten geschossen, wir waren hier an der Spitze bei 17.150 und dann ging es einfach mal richtig rasch nach unten nach 15.600 und den Bereich kann man auch hier drüben finden. Wir sehen, dass hier, das sind die Spitzen sozusagen von dem Bereich, also wirklich der wirkliche Anfang von diesem Support-Bereich. Hier drüben schon, ich habe es ein bisschen konservativer angesetzt, hier in dem Bereich, wo die Kerzen auch teilweise aufgehört haben. Aber ihr seht es schon ganz oben an der Spitze dieses Support-Bereichs wieder zurückgegangen, also nach oben hin. Hat sich da schnell wieder erholt und jetzt aber in kurzer, ja in der letzten Zeit ging es wieder ein Stück nach unten. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Support-Bereich hier. Wir sehen das ungefähr auf der gleichen Höhe, wieder 16.000er Bereich. Hier oben mit dem Support-Bereich sehen wir auch, dass es hier dann gut als Widerstand war auf der Höhe. Also wir können uns gut an diese Support- und Widerstände halten hier in dem Bereich. Die funktionieren ganz gut, genauso wie wir den hier unten natürlich uns behalten müssen, wenn wir da wieder hinkommen sollten. Und jetzt sind die Linien, die ich hier eingezeichnet habe, sind als Orientierung, gehen wir nämlich hier wieder nach oben, sollten die als Ziele für uns da sein. Das eine ist wirklich hier die Spitze von der Bewegung verbunden mit dem Zwischenhoch. Und das andere ist hier diese Zwischenspitze nochmal verbunden damit. Und das heißt dann jetzt für den Fall, dass der Kurs nochmal hier hochkommt, müsste der dann, ja also entweder hier abprallen oder halt hier oben. Das wären sehr realistische Ziele. Man könnte sogar die Widerstandslinie hier argumentieren, wenn man dann den Punkt, den Punkt nimmt und dann den dritten hier drüben. Das heißt, das ist ungefähr der Bereich, in dem wir uns dann, in dem wir wieder abprallen sollten. Warum soll es hier an der Stelle wieder hochgehen? Glücklicherweise habe ich jetzt ganz wenige Zeichnungen hier drin. Aber ich mache es trotzdem mal, ich nehme mal den gelben Stift. Und ja, weil dann würde es mich nicht wundern, wenn dann auf einmal wieder die ganzen Head & Shoulders Bezeichnungen kommen. Wie gesagt, eine der drei Linien würde hier zutreffen. Ich habe jetzt mal, eigentlich würde ich die nicht nehmen, sondern ich würde wahrscheinlich eher die nehmen. Und kann ich mir vorstellen, dass dann, wenn das Ganze so aussieht, dass dann wieder die ganzen Tweets und so weiter kommen von Head & Shoulders. Und wie wir so oft sehen bei Bitcoin, ja, failen die manchmal. Also kommt dann das Gegenteil, das würde bis hier runtergehen. Bei einer Vervollständigung würde man natürlich nach oben schauen. Das ist das erste Bild, was man sich dann natürlich erst anguckt, wenn wir überhaupt da hinkommen. Weil, ja, die sind ja noch ein ganz schönes Stück weiter vorne. Und für den Fall, dass es jetzt so nicht so hoch kommt, das ist natürlich nur eine der Varianten, geht es natürlich auch nach unten hin, bleiben weiterhin die Level bestehen. Das heißt, wenn wir von hier aus trotzdem weiter runtergehen, habt ihr immer noch den Bereich bei 16.000 und, jetzt muss ich gucken, hier 15.500 bis, ja, bis 15.650, so ungefähr. Man könnte sogar ein Stück noch runtergehen, 16.400. Also so in diesem Zwischenbereich ist ein Support und dann natürlich, ganz wichtig, wieder die Trendlinie hier, die alte Trendlinie. Und dann können wir dann das Viereck ein bisschen rübernehmen. Und sehen dann halt hier im 15.000er-Bereich, das würde auch übereinstimmen mit diesem Support-Level hier. Ihr seht das, da sind immer die Kerzen unten. Die gehen immer bis dahin. Das würde dann also auch als Support-Level treffen und gleichzeitig mit der Trendlinie würde natürlich jetzt erstmal sehr gut zusammenpassen, die beiden Informationen. Dementsprechend kann man das auch schon so ein bisschen antizipieren, falls es runtergeht, dass das wieder dann ein sehr starkes Support-Level ist und die Möglichkeit besteht, dass wir dort dann drehen. Gucken wir uns den Rest an, sehen wir auch, dass die Linie hier mal ein bisschen höher muss. Ich werde jetzt mal ein gutes Stück rauszoomen. So. Und da seht ihr dann auch, ja, wie krass wir uns eigentlich bewegt haben in letzter Zeit. Wir hatten hier noch diese parabolische Kurve und dann ging es einfach mal noch höher. Wir sind jetzt hier an der Marke, haben diese Linie hier als sehr starke Trendlinie. Das ist die, die wir uns eben angeguckt haben, als mögliches Ziel für das Darauftreffen. Und ansonsten kommen wir erst wieder hier drüben zu einem möglichen Ziel. Da müssen wir gucken, wie stark der Support sein wird und wann Bitcoin da wieder genug Kaufkraft findet, um nach oben zu gehen. Und jetzt sehen wir das, was ich nämlich mir gedacht habe, weil das Fibonacci-Level zu hoch war, oder das Street Tracing allgemein zu hoch angesetzt war, dass jetzt sogar auch das Fibonacci-Level auf der Höhe liegt. Das heißt, hier kommen sogar noch einen Punkt mit dazu, der das Ganze noch wahrscheinlicher macht, da drauf zu treffen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ansonsten sehen wir auch, dass hier drüben, an dem Level dann, wo hier der Support ist, bei 13.000 auch nochmal dann ein wichtiges Support-Level ist. Und wenn wir in die Indikatoren mal reingucken, und ja, ein bisschen schade, dass ich das erst jetzt gesehen habe beim Analysieren. Wir sehen hier eine negative Divergenz, also wir hatten hier ein sehr hohes Histogramm, hier ein bisschen kleineres, während der Kurs aber von hier nach hier gegangen ist, was dann auch erstmal ein Abwärtstrend einläutet. Und jetzt wird es zum Beispiel sehr interessant zu sehen sein, inwieweit sich das entwickelt. Hier, es könnte natürlich dann schon wieder recht schnell vorbei sein, dann gäbe es da auch gar keine Probleme, in welche Richtung es geht. Oder es könnte natürlich größer werden, dann würde man sogar nach hier unten irgendwo gucken. Wenn wir uns das hier unten angucken, da sehen wir, dass der stochastische RSI schon recht niedrig ist, noch nicht wirklich, noch nicht sehr niedrig, aber recht niedrig. Da ist also noch Platz nach unten, aber auch schon so aufgestellt, dass man eine Umkehr nicht in allzu ferner Zeit erwarten könnte, zumindest von 4 Stunden Zeitraum her. Ihr müsst natürlich wie immer bedenken, dass der stochastische RSI einfach auch mal länger unten oder länger oben bleiben kann. Deswegen ist das kein absolutes Signal, dass man da schnell eine Umkehr findet, wenn man sich den RSI selbst anguckt. Der ist noch ziemlich mittig. Das heißt, der hat sich noch gar nicht viel bewegt und in beide Richtungen sehr, sehr viel Platz. Dementsprechend, das, was ich euch gezeigt habe, bis zur Trendlinie in dem Bereich, bewegen wir uns jetzt so. Und da müssen wir dann auch mal auf eine Entscheidung warten. Das war ja auch, wir haben uns, das ist jetzt schon einige Tage her, da habe ich euch ja auch gesagt, dass wir mal gucken müssen, wenn es hier durchbricht, dass wir wieder auf diese Trendlinie gehen, weil wir haben ja hier dieses ganz große Dreieck an der Stelle, das einfach nur wunderschön gezeichnet wurde von mir. Und da wissen wir dann natürlich einfach mehr wieder über die nächsten Tage. Wir wollen auch in die anderen Charts reingucken. Neo hat dort ordentlich zugelegt. Einen ordentlichen Sprung gemacht. Wenn wir uns das von hier unten angucken, 25%. Dann kam das Absacken von Bitcoin. Ach, seht ihr, die zwei Sachen will ich noch mit dazu sagen. Die Altcoins sind heute wieder mit Bitcoin gefallen. Ich habe das gestern schon mal gesehen. Heute aber wieder gesehen, das ist meistens ein Warnsignal, weil das dann passiert, wenn Bitcoin, oder wenn wir in so einen Bärenmarkt übergehen, oder da drin sind. Deswegen halte ich das auf jeden Fall für ein Warnsignal im Moment. Natürlich noch nichts Kritisches, aber man sollte es auf jeden Fall mit beachten. Und das Zweite ist, es gibt Nachrichten, dass Südkorea ein Notfallmeeting sozusagen gemacht hat, was die weitere Behandlung von Kryptowährungen angeht und da ein Statement am Freitag rauskommen soll. Das kann natürlich auch eine Menge Angst am Markt schüren und dementsprechend auch fallende Kurse dann rechtfertigen einfach. Und je nachdem, wenn da was, ja, wenn die sagen, okay, wir bänden das erstmal komplett, dann wird es natürlich noch schlimmer aussehen. Wenn die sagen, alles gut und so weiter, dann ist auch die Angst sozusagen wieder aus dem Markt heraus. Ja, bei Neo, 25% nach oben, hat dann da erstmal gestoppt und dieses Dreieck, was wir hier sehen, geformt, wo es jetzt noch schön nach oben geht und bis jetzt sich auch noch drin hält. Zwar sehr schwer, muss man sagen. Wir haben hier ein Widerstandslevel, was auch der aktuelle Kurs sehr mit zu kämpfen hat. Aber bis jetzt kämpft er sich immer noch weiter hoch und wir müssen die Linie sogar mal ein kleines Stückchen rübernehmen. So, und hier ist dann wieder der Punkt bei einem Ausbruch. Entweder in die Richtung oder in die Richtung. Wissen wir dann, wo es erstmal weiterhin mit dem Kurs geht. Wenn wir nach oben hin ausbrechen, sollte noch recht viel Platz sein. Was Neo angeht, kann man sich mal hier angucken. Hier haben wir ein Fibonacci-Level, das ist 310.000. Und mal die Bänder mit dazu nehmen. Das würde mich interessieren. Da sind wir eigentlich gerade jetzt in der Mitte. Das heißt, da ist gar nicht so viel, was das Ganze limitiert. Aber hier die 310.000 bei einem Ausbruch sollten auf jeden Fall noch möglich sein. Wenn wir da rüber gucken, gehen die richtigen Widerstände wieder los bei 365.000. Und hier sind mehrere, wie wir sehen, bei 400.000 bis 420.000. Da ist also einiges. Dementsprechend, ja. Also erstmal gucken, dass das Dreieck hier in welche Richtung es durchbricht und dann möglicherweise wieder nach oben geht. Und dann kann man auch schon ein bisschen mehr sagen. Dann schaut man auf den Widerstand hier. Man sieht auch Widerstand an der Stelle. Widerstand an der Stelle. Hier ist es auch mal auf die Fibonacci-Linie gegangen. Das heißt also, hier haben wir wirklich dann einen Widerstand, auf den man achten müsste bei einem Ausbruch. Nach oben. Die lange, ja, negative Trendlinie, nenne ich sie mal so, ist hier oben. Die würde auch in den Bereich der Widerstände hier mit dazu passen. Dann EOS entwickelt sich auch gerade, ja, sehr gut auf jeden Fall. Wenn man hier sich mal, das ist der eine Trend, den man da hatte. Das ist jetzt schon der nächste, also wirklich doch recht krassen Trend. So. Und, ja, ihr seht aber, wie sich sehr, sehr gut entwickelt. Hat sich ja auch mit dem Problem mit Ethereum im Moment zu tun. Da ist ja die Konkurrenzsituation auf jeden Fall gegeben. Und, wenn man sich das von hier anguckt, sind das schon 100% sogar. Und ich will natürlich mal an den größeren Zeitrahmen gucken, ob wir Widerstände ausmachen können. Ja, aber die sind sogar noch ein bisschen höher. Dann nehmen wir mal diesen hier. Das ist knapp 52.000. Und hier haben wir auch noch einen. Das ist 60.000. Also, das sind auf jeden Fall mögliche Widerstände, wo man dann halt auch sagen kann, okay, da hat EOS ja sogar noch Platz nach oben. Da bin ich mal gespannt, ob es dann, ja, bis zu dem Widerstand hier geht. Sollte auf jeden Fall im Bereich des Möglichen sein. Wenn man sich mal die beiden wieder, also hier sieht man ja, erster Versuch, zweiter Versuch, eine Flagge gebildet und dann wieder nach oben geschossen. Wir können uns das im 15. noch mal angucken. Da sieht man das ein bisschen genauer. Hier und hier. So. Da sieht man das auch hier in die Flagge gebildet und dann durchgebrochen und nach oben geschossen. Ähnliches. Wir haben uns ja so ein ähnliches Ding eben bei Neo angeguckt. Da bin ich mal gespannt, ob das auch nach oben durchbricht. Da sieht man dann hier, was passieren kann. Und den letzten für heute ist RISE. Ganz interessant, weil es da bald Coins gibt für die Halter. Und zwar am Ende Dezember, so, ich glaube, 24. bis 26. gibt es dann für RISE Halter jeweils, oder nicht jeweils, gibt es zwei verschiedene Coins. Kann man sich auch auf deren Webseite mal angucken. Dementsprechend glaube ich hier, dass für den nächsten, was haben wir denn heute? Den 14. Da wäre also Potenzial, außer natürlich der Markt kommt irgendwie auf eine Idee, komplett nach unten zu gehen. Durch irgendwelche wirklich, ja, Angst oder so. Dann kann es hier natürlich auch mit runter gehen, aber was dann so die Tage darauf hin bewegend ist, kann man jetzt hier noch günstig reinkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann vor der Verteilung auch nochmal anzieht. Das ist dann in so sieben Tagen ungefähr, könnte man das antizipieren, dass das passiert. Sollte man sich auf jeden Fall mit auf dem Radar haben und ihr seht es hier aktuell in diesem Anstieg. Auf der Trendlinie geht gerade nach unten. Treffer der Trendlinie wäre eigentlich recht logisch und dann könnte es weiter nach oben gehen. Möglicherweise sogar gibt es hier schon eine etwas engere Trendlinie, wo der Kurs dann auch schon nach oben drehen kann. Können wir auf Widerstände gucken. Da haben wir auf jeden Fall den Bereich hier. Das ist 3.750 und der nächste große fängt dann bei 4.500 an. Wir sehen auch hier, es ist schon mal in die Richtung ungefähr gegangen. 3.668 war es hier. Und mit dem nächsten Versuch sollte man dann eigentlich auch an die Linie rankommen. Ich bin da recht optimistisch, würde ich sagen. Ja, das sollte soweit gewesen sein vom täglichen CoinTrend heute. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg. Achtet so ein bisschen auf die Nachrichten. Nicht, dass da wirklich irgendwie was Großes bei rauskommt und dann Angst verbreitet wird. Und ja, ansonsten, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. 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 Bis dahin.